Christine Brown und ihr Ehemann David Woolley holen endlich ihre Flitterwochen nach. Ein Jahr nach ihrer Hochzeit genießen sie gemeinsam eine Reise nach Barcelona. Auf Instagram teilt die Alle-Meine-Frauen-Bekanntheit Einblicke in ihre romantische Auszeit. Zu Fotos und Videos schreibt sie begeistert, Ja, ein Jahr später, weil wir einfach beschlossen hatten, uns Zeit zu lassen. Wir lieben Barcelona, die Architektur, das Essen und die Leute, schwärmt Christine weiter. In dem Zusammenschnitt sind die beiden zu sehen, wie sie durch historische Straßen schlendern. Sie besichtigen berühmte Sehenswürdigkeiten und machen gemeinsam Fotos. Eispause und Cocktails stehen ebenso auf dem Programm wie lokale Küche in verschiedenen Restaurants. Dabei strahlen Christine und David über beide Backen und genießen die Zeit sichtlich. David kommentiert liebevoll unter Christines Post, Wundervolle Zeit mit dir! Am 7. Oktober 2023 haben sich Christine und David in Utah das Ja-Wort gegeben. Gegenüber People schwärmt Christine von ihrer Hochzeit. Es war ein Märchen. Es ist mehr, als ich je für möglich gehalten hätte, fügt sie hinzu. Ich durfte David zum Altar entgegenschreiten, und so wie er mich ansah, wurde ein Traum wahr. Christine wurde durch ihre polygame Ehe mit Cody Brown und drei weiteren Frauen bekannt. Diese wurde in der Serie Alle meine Frauen dokumentiert. Im November 2021 trennte sie sich von Cody und lernte rund ein Jahr später David kennen. Nun genießen Christine und David ihr neues Glück in vollen Zügen.